Hallo Freunde von Palatelum Outdoor. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute ist mir wieder Zeit, Danke zu sagen. Warum Danke? Ja, ich habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht von Revolution Race und habe ja diese tolle Wundertüte gewonnen. Das ganze Gewinnspiel wurde allerdings ausgetragen vom Instagram-Kanal andi.abenteuer. Den habe ich euch einfach mal hier unten reingesetzt. Auch in der Infobox findet ihr den Link zum Kanal. Schaut da einfach mal rein. Der macht Fotos zum Thema Pushcraft, Outdoor, also hat ganz viele schöne Fotos. Einfach mal vorbeischauen und dem auch ein schönes Abo dalassen. Ja, und der hat wie gesagt mit Revolution Race zusammen dieses Gewinnspiel gemacht. Also die Firma hat ihm das angeboten. Er hat dann auf seinem Kanal über Instagram verlost. Und ich habe dieses Tracker-Fleece-Ninstadt gewonnen. Wir schauen einfach mal rein. Ich habe mich dann für die Farbe Schwarz entschieden. Es gibt da viele verschiedene Farben. Und das ist ein ganz schönes Teil. Und gerade im Outdoor-Bereich sind die momentan sehr begehrt und sehr am kommen auf dem Markt. Es gibt auch Hosen, T-Shirts, Pullis von der Firma. Und ich würde sagen, probieren wir einfach mal an. Ja, und sitzt gut. Ist nur ein bisschen Platz drin, ist aber okay. Ist halt ein Fleece. Also liegt sie hier, liegt schön an der Haut. Hat hier so Daumenschlaufen. Und ansonsten fühlt sich das Ganze auch super gut an. Ja, ich werde das in den nächsten Wander-Videos auf jeden Fall mal tragen und mal ausprobieren, wie gut sich das Ganze trägt. Wie das mit Maschen ist und ob es sich verformt oder ob es schön in der Form bleibt oder ob es einläuft. Und werde das einfach mal ausprobieren. Ein kleines Resümee werde ich wahrscheinlich irgendwann in irgendeinem Wander-Video mal dazu geben. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, danke an Andi für die Verlosung von dem Fleece. Und danke an Revolution Race, die das möglich gemacht haben, dieses Fleece zu verlosen. Wer sich dafür interessiert, nennt sich wie gesagt Tracker-Fleece oder Tracker-Fleece. Und schaut da einfach mal bei denen auf der Internetseite vorbei. Preislich liegt das Ganze so bei 30 Euro. Und ich sage vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian von Palatino Outdoor. Bis zum nächsten Mal.